Didi Haarmann hat da mal eine Idee und zwar nicht Sané, sondern Rashica für die Bayern. Und wir sind der Idee mal nachgegangen und fragen, wer passt denn besser? 80 Millionen der Sané-Poker ist eröffnet. Das war im Mai 2019 und im Februar 2020 läuft der Poker immer noch. Denn unverändert ist, die Bayern brauchen einen Spieler für ihre Außenbahn. Die Sané-Story ist hinlänglich bekannt. Er ist zu teuer, dann auch noch verletzt. Der Deal wurde also verschoben, wird jetzt für den nächsten Sommer aber wieder aktuell. Denn Sané trainiert zumindest wieder mit der ersten Mannschaft. Aber Pep hat gerade erst Anfang Februar gesagt, bis der wirklich wieder bereit ist, das wird noch Wochen dauern. An dem Transfer hängt also ganz schön viel Risiko, denn keiner weiß, wie Sané nach dem Kreuzbandriss zurückkommen wird. Im Raum stehen trotzdem weiterhin die 100 Millionen Euro Ablöse. Daran wird auch die Verletzung nicht viel ändern und der Fall Dembélé in Barcelona hat gerade erst gezeigt, wie so ein Big Deal enden kann. Der hat nämlich seitdem er bei Barca ist, nur knapp mehr als die Hälfte aller Spiele gespielt. Für einen 105 Millionen Euro Mann ist das ein ganz schön satter Stundenlohn. Gerade in München ist die Risikobereitschaft eher gering. An der Marschroute hat sich auch unter Neuboss Kahn nichts geändert. Der hat nämlich gerade erst gesagt, der FC Bayern darf sich nicht treiben lassen von den Summen, die heute gezahlt werden. Deshalb ist man in München auch etwas vorsichtiger geworden im Fall Sané und schaut sich schon mal nach möglichen Alternativen um. Rashica! 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 Und weil wir so schlaue User haben, haben die damals schon gewusst, der FC Bayern kann sich auch Rashica von Werder Bremen kaufen. Und genau das hat jetzt auch Didi Hamad in den Raum geworfen. Die These ist nämlich, Rashica ist ähnlich gut wie Sané, aber noch lange nicht so teuer. Und genau das wollen wir jetzt mal prüfen. Er kam damals im Winter 2018 von Vitesse Arnheim an die Weser und jeder hat sich gefragt, wer bitteschön ist Rashica. Die Antwort hat er aber schnell gegeben und hat sich zu einem der Leistungsträger bei Bremen entwickelt. Sein Verbleib in Bremen wird immer unrealistischer, je tiefer die in ihre sportliche Krise rutschen. Die passen nämlich überhaupt nicht zusammen mit seiner Entwicklung, denn Milo Rashica wird immer besser anstatt schlechter. In der Rückrunde nach seinem Wechsel hat er es nämlich nur zu einem Tor in zehn Spielen geschafft. In der letzten Saison waren es overall schon zwölf Tore und sechs Vorlagen und in dieser Saison kommt er bei erst 20 Pflichtspielen schon auf zehn Tore und vier Vorlagen. Und selbst wenn die Bremer es schaffen, ihre Klasse noch zu halten, dann greift bei denen die Kaufverpflichtung von ihren Leihgeschäften von Toprak und Bittencourt. Heißt, die brauchen die Kohle. Heißt, Rashica ist im Sommer so gut wie weg. Wenn wir Rashica mal beschreiben wollen, kann man sagen, er ist schnell, explosiv, dribbelstark und abschlussstark. Und ich weiß, das sagen wir so gut wie jedes Mal, flexibel einsetzbar. Aber bei ihm ist es in der Tat so, dass er genauso oft in der Mitte spielt, wie er auch auf links außen spielt. Und im Vergleich zu Sané ist das wirklich ein Vorteil, denn der ist echt nur auf den Außen zu Hause. Somit könnte Rashica also auch als Lady Backup funktionieren. Klingt erstmal auf dem Papier alles ganz schön vielversprechend. Schauen wir mal auf die Daten, ob die genauso vielversprechend sind. Und nee, sind sie nicht. Wir haben jetzt natürlich die Daten der letzten Saison genommen, weil Sané durch seine Verletzung in dieser ja nicht gespielt hat. Aber außer beim Dribbling, dass ja Rashicas Stärke ist, wie wir gerade schon gesagt haben, sieht es ansonsten im Vergleich zu Sané echt mau aus. Vor allem sein Positions- und Passspiel kommt an das von Sané echt nicht ran. Gut, Sané ist aber auch, wenn er denn fit ist, einer der besten Außenbandspieler der Welt. Das sieht man dann auch in dem Geld, was die Bayern für ihn auf den Tisch legen müssten. Im Vergleich zu Rashica, der ungefähr einen Marktwert von 35 Millionen Euro hat, wäre eine Ablöse von 40 Millionen plus x-fällig. Was für die Bremer auf der einen Seite verdammt viel Kohle ist, die die brauchen. Und für die Münchner im Vergleich zu Sané ein Schnapper. So gesehen wäre Rashica in Relation zu dem Geld, was er kostet, eine echte Verstärkung. Aber der Vergleich mit Sané ist schlichtweg eine Nummer zu groß für ihn. Und der Anspruch der Münchner ist es immer noch, ganz oben mitzuspielen. Und dass Rashica dabei helfen kann, das müsste er erstmal noch unter Beweis stellen. Außerdem wären die Münchner nicht ohne Konkurrenz bei ihm, denn auch der BVB soll an Rashica dran sein. Dort könnte er nämlich den möglichen Abgang von Jadon Sancho kompensieren. Aus Sicht von Rashica könnte ein Wechsel zu den Bayern aber abschrecken, denn da sind schon zu oft vielversprechende Spiele auf der Bank versauert. Und seine Konkurrenz wäre immerhin Coman. Das sähe beim BVB anders aus, da hätte er zumindest eine höhere Chance auf Spielpraxis. Neben dem Big Deal mit Sané, der aber mit viel Risiko behaftet ist und auf der anderen Seite der grundsoliden Alternative mit Rashica, wird die Liste der potenziellen Kandidaten für die Bayern aber immer kürzer. Denn gerade rausgekommen ist, dass Hakim Zirch fix zu den Blues geht. Er wechselt im Sommer für 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Chelsea. Wer aber noch in Frage kommt, das ist Dauerkandidat Nummer 1, Kai Havertz. Sein Abgang aus Leverkusen scheint nicht mehr abzuwenden. Die Leverkusener haben im Winter auch schon ordentlich Kohle ausgegeben. Scheint so, als würden die mit der Kohle von Havertz im Sommer schon vorausplanen. Die Ablöse, die im Raum steht, sind 130 Millionen Euro. Das ist eine Stange Geld und sorgt aus eben besagten Gründen für Zurückhaltung in München, auch im Fall Havertz. Sollten sich die Bayern zu einem 100 Millionen Plus Deal hinreißen lassen, dann mit Sicherheit nicht gleich zwei davon. Heißt entweder Havertz oder Sané. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wer aus eurer Sicht die beste Wahl für einen Außenbandspieler bei den Bayern wäre. Wir sind damit fertig für heute und sehen uns in der nächsten Woche wieder. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017